Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 43.250 US-Dollar. Sieht momentan nicht mehr so gut aus. Kommen wir aber gleich dazu. Erstmal vielen Dank gestern wieder für den geilen Livestream. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Alle Fragen wurden beantwortet. Wir haben wirklich viel durchgesprochen. Wie immer jeden Donnerstag. Freut mich auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, starten wir sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 43.250 US-Dollar. Wir haben es gestern schon in der Telegram-Gruppe angesprochen. Wir haben hier kurz diesen Abverkauf gesehen. Das war aufgrund dieser Inflationsdaten aus den USA. Also Konsumpreise 7,5% nach oben gestiegen. 0,3% oder 0,2% mehr als erwartet. Wen wundert es mittlerweile noch? Ansonsten, wir hatten diesen Abverkauf, wurden sofort wieder aufgekauft. Wir haben ein krasses Kaufvolumen reinbekommen. Haben dann daraufhin ein höheres Hoch gebildet und gleichzeitig eine fette Bearish Divergence. Man sieht es hier unten. Wir haben ein höheres Hoch gebildet. Im RSI ein tieferes Tief. Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Wir haben es dann mit der nächsten 4-Stunden-Candle nochmal versucht, nochmal ein höheres Hoch zu bilden. Haben es aber dadurch nicht geschafft. Deshalb wäre hier eine Möglichkeit gewesen zu shorten. Wer es gemacht hat, Glückwunsch. Und mittlerweile hat die Bearish Divergence einigermaßen ausgespielt. Wir sind hier immer noch im mittleren 50er-Bereich. Also so richtig bin ich noch nicht überzeugt, dass es wirklich schon das Ende war. Wir haben auch nochmal eine Reaktion hier in dieser 4-Stunden-Demand-Zone gesehen. Wir befinden uns inmitten der 4-Stunden-Ymer-Ribbons. Also wir haben auf jeden Fall noch Downside ein bisschen Luft. Auch weil wir ein mögliches Doppeltop mittlerweile hier haben. Also man sieht es hier ganz gut. Ich habe das vor zwei Tagen schon mal in die Telegram-Gruppe geschickt. War dann zwischenzeitlich immer ein bisschen am Zweifel. Kann man das noch als Doppeltop durchgehen lassen? Mittlerweile bin ich da wieder ein bisschen mehr überzeugt. Zumindest, dass wir einen kleinen Rücksetzer. Also ich rede jetzt nicht von einer riesigen Korrektur. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz das Preisziel an. Wir gehen jetzt einfach mal bis auf ungefähr 42.800 US-Dollar runter. Ziehen wir dann das Preisziel nach unten, würden wir perfekt in Confluence im Monats-Pivot kommen. Wir würden in perfekte Confluence des 200er SMA kommen. Plus wir hätten unser CME-Gap bei ungefähr 40.600 US-Dollar gefüllt. Also ihr seht, da kommt eine Menge, Menge zusammen. Andererseits haben wir hier unten auch noch unseren Abtrend liegen, den wir damit nicht retesten würden. Aber ich meine, viel nach unten ist es nicht mehr. Also wir würden ungefähr bei 39.600 US-Dollar landen. Ob wir dann noch Richtung 38.500 US-Dollar gehen, sehen wir dann noch. Es würde gleichzeitig ein Retest hier dieser ehemaligen Range, die können wir auch hier gleich mal live einzeichnen. Dieser Range hier noch einen Retest geben. Heißt, wir waren hier unten ewig lange mit Widerständen zu kämpfen. Immer wieder haben wir es versucht. Sind dann ausgebrochen. Hatten keinen Retest. Da würde sich jetzt dieses Doppeltop vielleicht anbieten. Kurzer Retest nach unten. Ehemalige Range von Widerstand into Support flippen. Und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Wir reden hier nicht von einer riesigen Korrektur. Das wären ungefähr 10%, die wir jetzt nochmal nach unten gehen würden. Das wäre ein kleiner Rücksetzer, um den RSI abzukühlen. Einfach um die ganzen Indikatoren, die ganze Stimmung vielleicht nochmal ein bisschen wieder runter zu hebeln. Und dann mit frischem Volumen hier wirklich diese Range hier oben bis ungefähr 48.000 US-Dollar zu durchbrechen. Wir haben hier eine 3-Tages-Supply-Zone, eine 3-, 4-, 6-Stunden-Supply-Zone. Also eine Menge, Menge Widerstände. Da würde sich dieses Doppeltop möglicherweise anbahnen, beziehungsweise ganz gut tun, auch übers Wochenende, dass wir dann nach unten gehen, das alte CME-Gap füllen, eins nach oben hin offen lassen, um dann mit Schwung in der Kiste einen Reversal nach oben hin zu schaffen. Also das ist jetzt so momentan ein Weg, den ich sehe oder für möglich auf jeden Fall erhalte. Wer in einer Short-Position drin ist, sollte auf jeden Fall den größten Teil hier spätestens bei 42.000, 42.100. rausnehmen und dann nach unten hin einfach weiterlaufen lassen, weil ich werde versuchen, oder ist mein Plan, mir wahrscheinlich hier unten dann eine Long-Position langsam, aber sicher aufzubauen. Nicht mit einem großen Hebel, 2-, 3er-Hebel maximal und dann so zu gucken, wie ist die Gegenreaktion, wie geht es weiter. Auf jeden Fall wäre das relativ gesund, ein guter Gameplan, sage ich mal, fürs Wochenende. Kleines Doppeltop, nach unten Richtung 40k bis 38,5. Wegen diesem Monats-Pivot 200, der SMA, also da ist eine Menge Confluence, das CME-Gap ist da unten auch noch. Also die Kurse gehen dahin, wo die meiste Liquidität ist und die würde da unten auf jeden Fall liegen. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum sieht das ganze Bild nochmal ein bisschen besser aus, sage ich mal, aber wir sehen deutliche Confluence bzw. Koloration zwischen Bitcoin und Ethereum. Wir haben auch hier eine Bearish-Divergence gebildet. Man sieht es hier, höheres Hoch, tieferes Tief, Bearish-Divergence im 4-Stunden-Chart, die mittlerweile ausgespielt hat. Hier bin ich aber ehrlich gesagt nicht so überzeugt, dass das hier wirklich ein Doppeltop ist. Also wir können sagen, okay, hier dieses Kleine, dann hätten wir das Preisziel schon erreicht. Wir hatten jetzt eine Reaktion hier unten aus diesem kleineren Key-Level, aus dieser 4-Stunden-Demand-Zone. Wir haben die 4-Stunden-Email-Ribbons angetestet. Wir sind knapp vorm Abtrend, sind wir gescheitert. Also wir haben keinen neuen Retest gesehen, was eigentlich wünschenswert gewesen wäre hier unten. Einfach nochmal antesten und dann nach oben. Das war ja das, wo ich euch schon vor ein paar Tagen gesagt habe, dieser Bereich ist extrem interessant. Ansonsten sollten wir jetzt bei Bitcoin nochmal eine Korrektur von ungefähr 10% sehen, was ja jetzt im Rahmen ist, was wir ja gerade besprochen haben. Halte ich es gut für möglich, dass wir zumindest hier diesen Bereich zwischen 2700 und ungefähr 2600 US-Dollar sehen. Würde bei Ethereum auch ungefähr 10%, 10, 12% ungefähr bedeuten. Nicht so abwegig, Bitcoin 10%, Ethereum 12, 13% vielleicht. Ist nicht abwegig, dass wir die Korrektur sehen. Hier unten in das Golden Pocket rein, von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, sage ich mal, ist nicht richtig gezogen, bevor ich euch hier was Falsches sage, von dieser gesamten Aufwärtsbewegung bis ungefähr 2600 US-Dollar. Würde passen. Klar, wir würden den Abtrend brechen. Wir würden aber eine ehemalige Range, beziehungsweise das Golden Pocket, als Support bestätigen hier und dann über das Wochenende, beziehungsweise mit dem Start in die neue Woche, wirklich mal ein bullisches Reversal schaffen. Und was hier auch noch interessant ist, was wir gestern im Livestream vor allem besprochen haben, wir haben bei Ethereum noch kein höheres hochgebildet. Was extrem wichtig natürlich ist. Wir haben bei Bitcoin ein höheres hochgebildet, bei Ethereum eben noch nicht. Also wir haben hier drüben, das hoch zähle ich da noch nicht so, weil wir weiterhin in einem Downtrend sind. Das hoch drüben ist für mich interessanter, wenn nicht sogar das hier, bis ungefähr 3460 US-Dollar. Das ist wichtig, dass wir rausnehmen, retest möglicherweise sehen, höheres Tief dann auch noch bilden und dann bin ich absolut bullish auch bei Ethereum. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano hat es auch nicht geschafft. Hier, wir haben ja gestern das Szenario besprochen, wünschenswert wäre ein Szenario über den Monatspivot. Haben wir nicht geschafft. Wir haben Downside gesehen, sind auch wieder unter unsere blaue horizontale Supportlinie gefallen. Auch kein gutes Zeichen. Die 4 Stunden E-Mail Ribbons werden jetzt gerade von unten angetestet und der 200er SMA wurde auch durchbrochen mit dem 200er E-Mail. Also auch keine wirklich guten Zeichen hier, was wir momentan bei Cardano sehen. Ein Retest wahrscheinlich hier unten in die Region von 1,07 Dollar. Wäre sogar wünschenswert, beziehungsweise ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, nochmal diese alte Range hier unten anzutesten, retest und dann auch hier nach oben hin zu steigen. Gut, schauen wir uns noch. Wo haben wir denn? Solana war nämlich gestern auch Thema im Livestream. Hier hatten wir ein Head & Shoulders gesehen, beziehungsweise hat jemand aus der Community das Head & Shoulders gesehen, haben wir dann eingezeichnet. Habe ich euch auch gestern im Livestream gesagt, okay, Head & Shoulders absolut valide. Wir haben abfallendes Volumen mit dem Head & Shoulders, wir wurden rejected am 200er SMA plus 200er EMA. Preisziel wäre hier unten in diesem Bereich bei ungefähr 99 US-Dollar. Ich habe aber dazu gesagt, hey, beachtet auf jeden Fall diesen Abtrend. Preisziel hat 1 zu 1 getroffen. Ich habe gesagt, okay, beachtet diesen Abtrend, nehmt hier auf jeden Fall den größten Teil raus, dann spätestens Stop-Loss-Entry sein und perfekt eingetroffen, als wer das mitgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch gestern aus dem Stream. Ansonsten, Möglichkeit ist auf jeden Fall hier unten, dass wir noch in diesem Bereich bei ungefähr 99 US-Dollar fallen. 99 bis ungefähr 96 US-Dollar, weil hier viel Confluence ist. Einerseits durch die 4-Stunden-Demand-Zone und andererseits, weil wir hier drüben immer wieder Widerstand hatten, wo wir dann ausgebrochen sind und erneut als Support bestätigt haben. Gut, dann, was war gestern noch im Stream? Matic war auch noch so ein Coin, wo wir gesagt haben, okay, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut. Wir hatten hier diesen Abtrend, den wir auch als Support bestätigt haben. Was wir aber auch hier haben, war nämlich dieses Doppeltop. Das haben wir gestern auch besprochen, wir sind nicht nachhaltig drüber gekommen. Preisziel wäre perfekt hier unten, dieser kleinere Abtrend, beziehungsweise übergeordnet, das war hier der kleinere Abtrend, übergeordnet ist dieser Abtrend interessant. Das heißt, das Preisziel würde dafür sprechen, dass wir hier nochmal den Bereich von ungefähr 1,61 Dollar rumsehen und dann hier vielleicht einen doppelten Boden und dann nach oben hin ausbrechen. Das beachte ich jetzt auf jeden Fall bei Matic. Schauen wir uns noch Sand an. Sand, gleiches Spiel, wir haben den Abtrend. Auch hier mögliches Doppeltop. Wir haben ein höheres Hoch gebildet, Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart, abfallendes Volumen. Deutet eher darauf hin, dass wir ein kleines Reversal zumindest nach unten hin sehen. Spricht natürlich auch das gleiche wie bei Bitcoin. Also ich wäre da momentan ein bisschen vorsichtig, irgendwelche Long-Positionen aufzubauen. Wir haben unsichere Marktlage auch aus den USA mit Börsen, sind gestern auch hoch runtergegangen und alles wegen den Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten. Entweder ich weiß nicht, ob sie schon draußen sind oder kommen heute auch noch. Also behaltet es alle mal ein bisschen im Blick. Ansonsten können wir uns auch Polkadot anschauen. Auch hier Head & Shoulders Chart-Pattern. Wobei, ja doch, wir haben sogar in der linken Schulter auch höheres Volumen als im mittleren und dann abfallendes Volumen. Also auch hier wäre ein mögliches Head & Shoulders in Play, beziehungsweise noch im Bereich des möglichen. Preisziel können wir uns jetzt mal angucken, nachdem wir jetzt schon von unten auch einen Retest gesehen haben. Würde hier in diesem Bereich bei ungefähr 18 US-Dollar liegen. Würde auch hier wieder perfekt passen. Wir haben unten eine 4-Stunden-Demand-Zone hier in diesem Bereich. 18,90 Dollar, sage ich mal, bis ungefähr 18,30 Dollar. Das ist so dieser Bereich oder dieser Zielbereich. Schauen wir mal, ob es soweit kommt. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall nochmal einen rascheren Abverkauf. Gut, schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Russland will Bitcoin als digitale Währung legalisieren. Habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen. Muss man auch ein bisschen vorschlagen. Wir hatten es gestern im Stream. Interessante These. Sollte Russland einmarschieren, was weiß ich was, vom SEPA ausgeschlossen werden, wäre Bitcoin auch so eine Möglichkeit umzahlen. Denkt mal drüber nach. Fand ich eigentlich ganz gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Ich glaube, Satoshi Germany war es, hat es gemeldet. Also danke nochmal für diesen Hinweis. Ansonsten, wenn ihr Artikel interessiert, ich poste ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns da auf jeden Fall morgen früh wieder oder in der Telegram-Gruppe. Kommt gerne dazu. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Morgen nochmal. Einen schönen Start ins Wochenende. Und wie immer, stay crypto.